Das ist Eko. Eko ist unser neuster Bürohund. Wir haben insgesamt drei. Unser Team hat Daika, Simon und jetzt eben Eko. Eko ist noch ganz jung und selbst ein so kleiner Hund sorgt schon dafür, dass es uns gut geht. Denn er gleicht aus, er macht gute Laune, er sorgt dafür, dass wir sehr schön miteinander umgehen und weil er so anhänglich ist, geht es uns auch seelisch gut. Bürohunde sind das beste Mittel gegen Burnout. Und deshalb werben wir, mein Team und ich, am Tag des Bürohundes für einen solchen, der natürlich nicht nur ein Bürohund ist, sondern uns privat begleitet, aber eben auf dem Weg zur Arbeit auch mit dabei ist. Es ist vieles möglich, wenn wir es wirklich wollen. Ein Platz für ein Tier findet sich immer. Das wird nie stören, sondern uns unterstützen. Wir wollen unsere Bürohunde jedenfalls nicht missen, sagt auch Eko.